Speistige Reiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber Hallo meine Hörner, ich habe mir noch mal einen kleinen Vergleich ausgedacht dass wir uns das noch mal angucken was auf der Batterie los ist ich habe dazu ein Ostsee über der Batterie, einfach ein Step Up und 12 Volt LED Lampe dran das ist das Signal am Ostsee wenn ich auf 50 Millivolt gehe und ich kann jetzt mal hier und wenn ich hier abklemmen ich klemm jetzt einfach ab, ich habe kurz eine Schwankung gesehen also jetzt ist alles 50 Millivolt, ich bleibe jetzt mal auf dem Ostsee klemm an, das ist einfach kurz ein bisschen geraffelt und dann nix jetzt probieren wir das selbe noch mal mit Jullteaf so ich habe jetzt die Lampe an Jullteaf herangebastelt die Ostsee, dasselbe Batterie, blablabla, selbe LED selbe Einstellung am Ostsee, 50 Millivolt pro Kästchen dann guckt mal hier na also, das ist schon deutlich auch angiert 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 3 9 7 8 Vielen Dank.